Stell dich bitte mal kurz vor. Hallo, ich bin Manu Teufel, 28 Jahre alt und komme aus Nagold. Was bringt es, Unternehmen mit Influencern zusammenzuarbeiten? Reichweite, Image und Umsatz. Wie finde ich den passenden Influencer für meine Marketingkampagne? Man kann ihn suchen über Standard und Hashtags. Wie werden Influencer überhaupt bezahlt? Plattformen generiert, Plattformen basiert in YouTube über Klicks und in Instagram über eine feste Kooperation mit einer anderen Firma oder über Affiliate-Links oder Rabattcodes kann der Umsatz getrackt werden. Gibt es Einschränkungen für die Produktwahl, für die du Werbung machst? Ja, man muss zielgruppenorientiert denken, was interessiert meine Zielgruppe und man muss auch überlegen, ob man authentisch hinter einem Produkt stehen kann. Vielen Dank. Gerne.